Dynamo TV aus dem Wintertrainingslager in Marbella wird Ihnen präsentiert von Verticalis, Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Tag 2 im Spaniencamp. Auf geht's mit der intensivsten Phase der Wintervorbereitung. Mit Teamgeist, guter Laune und absolutem Willen. Uwe Neuhaus will die fußballerische Dominanz seiner Mannschaft über die Winterpause hinaus mit in die Rückrunde der zweiten Bundesliga nehmen. Gut, wir sind erst gestern angekommen, von daher konnten wir nicht so wirklich viel machen, aber heute Morgen war das die erste gute Einheit, wo wir halt wirklich an unseren Stärken, an unseren Spiel arbeiten konnten und zwar am Ballbesitz haben wir viel gemacht und das ist natürlich auf so einem Platz, klappt das halt sehr gut und man kann unsere Stärken wieder in den Vordergrund bringen. Naja, wir wollen halt die Stärken aus der Hinrunde, die wir hatten, vor allem unser Ballbesitzspiel und dass wir für alles eine spielerische Lösung haben wollen, wollen wir natürlich jetzt auch in der Rückrunde wieder auf den Platz bringen und dafür gilt es halt, die Übungen, die wir jetzt schon gemacht haben, auch weiter fortzusetzen. Über Janni Kröber! Jawohl! Jawohl! Kontrolle! Ruhig bleiben! Zentrum, wieder Zentrum, wieder Zentrum! Ja! 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 Die Passmaschine der zweiten Liga arbeitet konzentriert an Ballbesitz und Spielaufbau. Mit Marco Hartmann, Ayers Ausmann, Pascal Testroth und Niklas Hauptmann schuften derweil vier angeschlagene Spieler an ihrer baldigen Rückkehr ins Mannschaftstraining. Ja, also zum Jahresauftakt, am 3. Januar bin ich eingestiegen ins Training. Hat sich auch eigentlich gut angefühlt. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen einen kleinen Rückschlag erlitten und trainiere jetzt individuell und will so schnell wie möglich wieder dabei sein, aber genaue Prognose gibt es nicht. Niklas Hauptmann ist der Newcomer der Hinrunde in der zweiten Bundesliga. Mit ihm schaffte das nächste große Talent aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung zu den Profis und entwickelte sich zum Leistungsträger. Nur die Bodenhaftung wird dieser erfrischend coole Typ wohl nie verlieren. Ja, also wenn man mal die letzte Saison in der dritten Liga hinzuzieht, ist die Hinrunde bisher fast optimal gelaufen für mich bis auf die Verletzung. Ja, also ich habe es mir schon zugetraut, aber natürlich habe ich gewusst, dass mir viel fehlt, habe versucht daran zu arbeiten und da gehört auch ein bisschen Glück dazu und das habe ich gehabt. Und dann ist natürlich sehr gut, muss ich sagen. Uwe Neuhaus hat den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft im Winter neu ausgerufen. Nicht nur die Neuzugänge Philipp Heiser und Marcos Alvarez bringen neuen Schwung in den Kampf um die Stammplätze, auch die Etablierten kämpfen um ihre Position. Na erstmal, Konkurrenz belebt natürlich das Geschäft. Die Mannschaft hat Ziele, der Verein hat Ziele und jeder Spieler, der uns Qualität bringt, ist natürlich willkommen, ganz klar. Ob ich dann spielen werde, wo ich dann spielen werde, das wird sich glaube ich jetzt zeigen. Jeder Spieler greift natürlich jetzt in der Vorbereitung an, gibt sein Bestes und versucht den Trainer davon zu überzeugen, dass er unter die ersten Elf gehört. Ja, ich nehme den Konkurrenz gerne an. Das gehört dazu, dass wir Konkurrenz haben. Ich glaube allerdings an meine Qualitäten und werde immer hart daran arbeiten, um mich durchzusetzen. Hart arbeiten, sich herankämpfen und alles für eine Position in der Startelf geben. Das ist auch das Motto für Niklas Hauptmann in den kommenden Wochen und Monaten. Ähnlich wie in der Hinrunde will ich so oft wie möglich spielen. In welcher Art und Weise das jetzt sein wird, werden wir sehen. Aber für mich ist das wichtigste Spielpraxis in meinem Alter und genau das peile ich an.